auch ein einzelner ok dann lass uns mal dahin reisen das wird sehr spannend werden so mir fällt kein Gesprächsthema mehr in den Pausen ein was heißt ich muss bald irgendwann ausmachen und dann kümmere ich mich hier naja ist sowieso schon Zeit genug ähm lasst mich den, lasst ihn noch machen inhalt Unheiliger Protektor das ist wahrscheinlich von der Band sie wird geboren um zu sterben so so naja, wie hast du ja nicht ausgehalten, ne? naja, ich durchlöchere dich hier ok ok da war was war ja ich darf doch schon du möchtest auch bitte ich darf als erstes ich komme nach ja mehr da hier ja 1 die 6 Lachnummer oder wenn wir auch mal von mir hier auch nicht mal noch okay Was kann ich für dich tun? Empfängst du ein Signal von weiteren abtrünnigen Robotern, Ada? Ich kann noch einen Suchlauf für Sie durchführen, wenn Sie möchten. Mach mal. Ja. Ja, schau mal, ob du was finden kannst. Einen Augenblick. Das Signal ist schwach, aber ja. Roboter geortet. So, aber jetzt, ich kann aber ein bisschen umversuchen, wo eventuell ein Sanctuary in der Nähe? Okay. In der Nähe meiner Heimat. Indeed. Na? So, jetzt bin ich da. Was macht mein Handy? Ja, könnte ruhig noch ein Abonnent heute kommen. So, da. Ja, die Wälder sind verschwunden. Ja, ich mach jetzt einen richtigen Kampf gegen die Roboter. Gut. Haben wir das auch gemacht. Empfängst du ein Signal von weiteren abtrünnigen Robotern, Ada? Ich führe gerne einen Suchlauf für Sie durch, wenn Sie möchten. Aber irgendwann müssen wir mal durch sein, oder? Ja. Schau mal, ob du was finden kannst. Signal geortet. Seien Sie bitte weiterhin vorsichtig. So. Aber vielleicht findet man ja auch dadurch auch neue Kampfpartner. Ähm. Ja, wir reisen mal dahin. Und schauen mal, was sich zu machen lässt hier. So. Na komm. Dann schieß mal los. Na, mach's da? Ach da. Ach da. Ach. Ach. Mensch. Wir sind ja nicht und durch. Absolut. Hier, Abtrünniker. Alles erledigt. Hey, wie kann ich... Empfängst du ein Signal von weiteren abtrünnigen Robotern, Elgin? Entschuldigen Sie, aber ich habe Sie verloren. Was benötigen Sie? Äh, mich. Empfängst du ein Signal von weiteren abtrünnigen Robotern, Ada? Ich helfe Ihnen gerne, Ma'am. Dabei. Das ist aber unhöflich von dir. Nee. Ich kann ihn kieren. So. Ah ja, die Teufel. Ach, da ist er. Hoffe ich auch. So, nochmal. Empfängst du ein Signal von weiteren abtrünnigen Robotern, Ada? Ich führe gern einen Suchlauf für Sie durch, wenn Sie möchten. Mach mal. Ja, schau mal, ob du was finden kannst. Überprüfe. Dieses Mal empfange ich mehrere Signale. Vorsicht. Gras. Äh, na dann. Lass uns mal. Ja, hinreißen, wa? Hm, 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 hm. Na ja. Huuu. Öh, ich bin wieder. War ich da nicht, Freund, schon? Hm. Hm. Hier war es so, dass ich hier vorhin schon war. Oder wir suchen die gerade ihre Kumpels. Ach ja. Ach ja. Ich weiß, es gab sogar eine Kervospülung. Ja. Ich weiß, es gab sogar eine Kervospülung. Aber wo? Ach, da! Ja, das war's wohl, oder? Dann schau ich mal auf die Zeit. Ähm, Ada? Können wir doch eine machen? Aufgepasst! Ich helfe gerne bei... Empfängst du ein Signal von weiteren abtrünnigen Robotern, Ada? Ich kann noch einen Suchlauf für Sie durchführen, wenn Sie möchten. Ja. Ja, schau mal, ob du was finden kannst. Ich habe etwas. Zu stark für einen einzelnen Roboter. Das sind mehrere Ziele. Okay. Aber... Wart mal. Ähm, da war doch gerade was. State, Skills... Hm, ich kann nicht wechseln. Gut, dann... Lass uns einfach mal hier rüber. Ah, hier. Naja, ich glaube, da war ich schon mal gewesen irgendwann mal. Wenn nicht hier jetzt in der Zeit... Dann eben vor vier Jahren. Na komm, die mache ich noch platt und dann... Gehe ich meine wohlverdiente Pause, aber... Na komm. So. So. Das ist ja freundlich. Jo. Ähm, das ist ein Kanzler-Roboter wieder. Das ist auch ein bisschen schneller. So. 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 Na komm. Du gehst relativ leicht mit deinem komischen Kettenbanzer hier. Und da ist einer. Was? Ja. Hallo. Was? Minuteman! Wollte Minuteman zuhause, also ehrlich. Das war gut. Das war gut. Ähm. Aufgepasst! Empfängst du ein Signal von weiteren abtrünnigen Robotern, Ada? Ich führe gern einen Suchlauf für Sie durch, wenn Sie möchten. Mach mal. Danach will ich speichern. Ja. Schau mal, ob du was finden kannst. Mal sehen. Ja. Ich empfange ein Signal. Übermittele die Position. Ähm. In die Richtung. So. Wo muss ich hin? Krass. Okay. Ich muss da hin. Ich kann das schon mal hinreißen. Da kann ich ja abspeichern und so weiter. Weißt du, das habe ich heute gar nicht mehr auf. Mit der Ada. Oder ich muss mal schauen, dass ich erstmal dann noch das nächste Mal die andere Mission erstmal weitermache. Und Ada einfach mal... Am besten bei, äh, einem Sanctuary-Lasser. Da wird, da ist eigentlich ganz gut aufgehoben. Ja. Boah. Ehrlich, Schätze? Ich wollte grad abspeichern. Hör auf zu heulen. Einmal diese Mama-Kinder. Die gehen ja alle irgendwie in die Notkreis aufgefühl. Ja. Mach mal. Ich bezahle gerne. Aber nur wenn ich operieren will. Das sieht mir mal viel zu hässlich aus. Wow. Jetzt speichern sie erstmal. Das war echt. Nur Nummer für sich. So gespeichert ist. Ich sag mal so. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann noch viel Spaß und Tschüss. Ähm. Das war sehr aufregend. Ich will aber demnächst bei Ada mal wechseln, damit ich auch mal andere Missionen habe. Außer Computer, außer ihr Roboter-Kane. Ähm. Ja. Bis dann. Tschüss. Ich bin dein Vater. I lalalalalalove you. I lalalalalalove you. Yes, I do.